Wir haben in den letzten zweieinhalb Tagen sehr intensiv, sehr konstruktiv verhandelt und in verschiedenen Arbeitsgruppen uns den vielen Themen gewidmet. Nach zwei Tagen kann man sagen, wir sind gut vorangekommen, aber wie es so bei der Halbzeit eben ist, wir haben auch noch viel vor uns, sind noch einige Brocken wegzuräumen. Und darum geht es auch in den nächsten Tagen bis Ende der Woche, hoffentlich dann ein Gesamtpaket zu schnüren. Ich hoffe, dass es tatsächlich gelingt. Ich glaube, das erwarten auch die Mitarbeiter in erster Linie, aber auch die Reisenden, dass wir zu Lösungen kommen. Und daran arbeiten wir konstruktiv und hart. Und ich glaube, das ist von beiden Seiten auch das Ziel, dass wir Ende der Woche tatsächlich hoffentlich mit tragfähigen Gesamtlösungen dastehen.